Ich habe keinen Schaden bekommen. Ja, wieder kein Schwert. Ja, wieder kein Schaden bekommen. Geschafft, okay. Äh, nach unten... Nein, nach oben. Au, au, au. Ich hänge fest. Nein. Ich habe vergessen, einen Trank zu trinken. Mist, aber es waren vier Ritte um mich herum. Und ich wollte weg, aber genau dann trifft mich einer von denen. Und ich schubst mich wieder zurück. Oh Mist, und jetzt sind die wieder da. Au. Au. Hätte ruhig ein Herz fallen lassen können. Au. Ein Treffer noch. Oh, nein. Ich habe das fast geschafft, Leute. Aber ich wollte jetzt nicht extra einen Trank trinken. Wegen diesem einen Raum. Außerdem könnten wir uns fast einen zweiten Trank trinken. Also ich möchte das irgendwie für den Boss aufheben. Also hätte auch nur einer von denen irgendwas fallen lassen, dann wären wir da schon durch. Mist. Ja, ich halte auch nur drei Treffer aus. Und das war jetzt irgendwie schon wieder voll für den Arsch. Naja. Wobei wir haben neun Bomben. Vielleicht benutze ich jetzt einfach mal Bomben. Wir sind ja eigentlich soweit schon fast überall durch. Bomben sind das einzige, das denen irgendwie Schaden zufügt. Außer dem Schwert. Ja, genau. Mann. Er hört auf, mich da irgendwie rumzuschubsen. Eintreffer noch. Ah, in der Tau. Okay, das waren jetzt sechs Bomben, Leute. Und wir haben es trotzdem nicht geschafft. Es liegt nicht an den Bomben. Es liegt einfach an dem Schaden, den wir kriegen. Ich mache die Bomben wieder weg. Irgendwann schaffen wir das schon. Und ich habe jetzt keine Lust, da wieder 40 Rubine, deswegen in den Sand zu setzen. Nachher müssen wir da wieder 100 Rubine farmen, bloß weil wir hier nicht, weil ich es hier nicht durchschaffe, oder wie? Eine Fee! Na bitte, geht doch. Ach, komm! Mann, hört auf mit dem Blödsinn! Ich hatte so gehofft, dass ich jetzt den Boomerang ausgerüstet hatte. Ich wusste jetzt nämlich nicht mehr. Sogar eine Fee habe ich jetzt bekommen, Leute. Und das hat nicht gereicht. Was soll denn der Mist? Warum bin ich so schlecht jetzt? Eine Fee und ein Herz. Das heißt, wir hatten acht Herzen oder so. Eine volle Leiste. Mit den drei Herzen, die wir zuvor hatten. Und das hat halt einfach nicht gereicht. Oh, Mann. Diese blöden Kugeln, die nerven so. Ja, ich habe keinen Bock mehr, Leute. Wir gehen jetzt raus. Und suchen uns Herzen. Aber wir kaufen uns keinen. Wir benutzen nicht den Trank. So. So, da haben wir schon mal zwei. Ein paar Bomben haben wir auch wieder. Hier können wir noch ein bisschen was verbrennen. Machen wir doch mal. Vielleicht gibt es hier ja noch einen Geheingang, den wir noch nicht entdeckt haben. Au. Irgendwie nicht. Okay. Eine Fee. Okay, ich glaube, das sollte reichen. Hoffe ich. Gehen wir wieder runter. Hier müssten eh noch ein paar Gegner sein, oder? Au. Na gut, die Gegner haben wir alle getötet, aber sie haben uns ein halbes jetzt gekostet. Ich glaube, das ist die Gegner. Au Kein einziger von denen Das hat aber irgendwas fallen, Leute Ach, komm Wow Wow, jetzt wäre ich da fast weitergegangen Aber das will ich gar nicht Wow, ich dachte, ich habe den schon mal angegriffen Bomben, sehr schön Wow Ah Nein, natürlich sterbe ich jetzt Wir haben mehr Leben Fast volles Leben hatten wir Und ich sterbe trotzdem Machen wir safe Dann sind wir wieder am Anfang Und dann gehen wir wieder jetzt 132 schon, Leute Und dann gehen wir jetzt wieder Weit, äh, äh Leben sammeln auf dem Weg dorthin So, ein Herz haben wir schon Das ist sehr angenehm Außerdem kriegen wir dann Rubine Wenn wir dann irgendwann mal die 68 haben Und fehlen ja jetzt nur noch 20 Können wir dann Können wir dann den zweiten Tank holen Ow So So. Es wären jetzt tatsächlich nur noch acht Rubine. Bomben haben wir auch voll. Nur Leben haben wir ein bisschen zu viel. Äh, zu wenig. Mist, jetzt habe ich zu spät zugeschlagen. Wisst ihr was? Ich möchte da mal probieren. Ob hier vielleicht irgendwo was ist. Nein, schade. Das wäre auch zu geil gewesen. Eine Fee! Ich benutze mir wieder ein paar Bomben. Wir haben jetzt so viele bekommen und sind die ganze Zeit voll. Okay. Okay. Also. Wow, eine Bombe, die möchte ich dann doch aufheben. So. 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 Oh Nein Mann Bum Okay So und jetzt kommen wieder die blauen Und ich will nach rechts Wir machen wieder ein paar Bomben Mist der ist nach oben gegangen Und das hatte ich nicht gesehen So die eine möchte ich mir wieder aufheben Oh Ow Mist. Nur noch der. Ah, das war so klar. So, eineinhalb Herzen noch, Leute. Was war... Oh nein. Mist, da ging es ja richtig weiter. Das wollte ich jetzt nicht. Okay, deswegen hatte ich im Kopf, dass wir hier noch nicht waren. Zurecht ja auch. Okay, ich nehme jetzt den Trank. Ich habe keine Lust, schon wieder hier zu sterben, Leute. Lieber farm ich ein bisschen mehr. Wir können uns zumindest einen Trank ja schon wieder leisten. Mist. 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 Ja. Bomben, eine Rubin. Und schon wieder gelähmt. Okay, gehen wir wieder raus. Gehen wir hier nach oben. Hier oben hatten wir noch nicht alles. Da links war ja der Rubineraum. Das ist okay. Da drüber war... Ich weiß nicht mehr. Was war denn da links? Was war denn da links? Aha, okay. Ja, stimmt. Da haben wir die Bomben bekommen. Weiß ich wieder. Waren wir schon. Da oben war ja der Boss. Da will ich jetzt mal hin. Der Miniboss war da. Nein, war er nicht. Bomben. Na bitte, geht doch. Okay, ich weiß nicht mehr, ob wir hier schon mal waren. Deswegen kommen jetzt überall Bomben hin. Nein, war nichts. Okay, dann gehen wir jetzt endlich mal, hoffe ich, da rechts runter.